Was geht ab, ihr Nutten? Willkommen zurück zu Battlefield 4 Multiplayer. Der Modus Vorherrschaft, die Map, fehlerhafte Übertragung. Ja, mal wieder ein paar Standard-Maps. Also ich werde das jetzt auf jeden Fall so handhaben, dass ich einmal Standard-Maps bringe und dann wieder die China Rising DLC-Maps, also immer abwechselnd mit einem Part. Und ja, was hatten wir in dem vorigen Part? Shotgun, stimmt. Ja, klasse, welche Klasse denn? Das war, glaube ich, Pionier, ne? Glaube ich jedenfalls, ich weiß es nicht. Na, mal gucken. Auf jeden Fall kommt dann halt im nächsten Part dann wieder eine schöne China Rising DLC-Map. Und sobald dann das nächste DLC rauskommt, werde ich dann wieder von diesem DLC nur 10 Parts bringen und dann wieder abwechselnd, also dann dieses neue DLC, dann China Rising und dann wieder normale Battlefield 4-Maps. Maps, äh... Ich sehe, dass die DLC was neu rauskommt. Second Assault, glaube ich, oder? Ist es so? Irgendwie so eine Art. Auf jeden Fall ist da Operation Metro dabei und da werde ich auf jeden Fall meinen Spaß haben, ganz sicher. Und wir nehmen diesmal den Scout, und zwar mit der Scout Elite. Ja, das machen wir einfach. Das machen wir einfach mal so. So. Ja, joinen wir einfach mal. Wir haben ja schon mal hier Sniper, ne? Auf der Map. Oh, ja. So, kurz mal Fraps neu gestartet. Damit ich auch schöne FPS habe. Und dann kann man ja mal ein paar Typen wegsnipern hier. Zum Beispiel wieder den hier. Mein Ding. Alter, da werde ich überall beschossen, ey. Geht ja echt wieder gut ab. Ja, da trumst alle. Ich kann hier nicht so arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Ihr Schwein hier. Ach komm, ja, komm. Wisst ihr? Ich meine, da oben sind nur wir und wir werden von vorn, von rechts, von links, von hinten, von überall auf jeden Fall beballert. Ich war scheiße. War scheiße. Entschuldigung, ich war hier bei den Kollegen. Ich sterbe wahrscheinlich gleich, oder? Ich liebe es zu sterben. Ich liebe es zu sterben. Hallo, hallo, hallo. Ich kletter hier einfach mal hoch und sterbe wahrscheinlich gleich wieder. Hallo, hallo, hallo. Ich kletter, 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 kletter. Einfach weiter. Ich zieh kein Schwanzgesicht. Und ich bin gleich oben angekommen. Und irgendwie ist das hier ein bisschen scheiße. Deswegen kletter ich weiter, 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 weiter. Kletter, 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 kletter. Kletter, 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 kletter. Nebenbei, ähm, mir ist gerade so ein Kollege gejoint. Herr Marker, Hauke, sei gegrüßt, Abonnent von mir. Geile Sau, du. Und ja, kletter. Geht's jetzt noch weiter? Ja, komm. Wir klettern einfach mal komplett nach oben. Wahrscheinlich treffe ich von diesem Ort denn überhaupt kein Schwanz mehr, aber scheiß drauf. Ich will einfach mal komplett nach oben. Mal gucken, wie hoch denn diese Scheiße geht. Interessiert mich einfach mal so nebenbei. Geht's noch weiter hoch? Boah, noch weiter. Alter. So hoch sind wir denn jetzt eigentlich schon? Meine Fresse. Da kann man ein gut paar Leute wegsnipern. Ohne, dass man genervt wird. Aber sobald sie sich ein bisschen bewegen, trifft man halt keinen Schwanz mehr. Ist natürlich ein bisschen scheiße, ne? Ist das ein scheiß Ort? Ich kletterte alle nach oben. Kletter, 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 kletter. Ich mein, ganz ehrlich, das sind zwei Sturmsoldaten, ne? Ich bin Sniper. Was wollt ihr da oben? Was wollt ihr da oben? Runterspringen, was sonst, lieber Sico? Guckt mal, ich kann springen. Ich hab'n Fallschirm. Ah, ihr seid so geil, Leute. Ihr seid so geil. Ah, ihr habt noch ne bessere Posi. Geht's noch weiter hoch? Boah, langweilig. So. Boah. Das ist ja überhaupt nicht hoch. Nein, nein. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Hauke, ich sag's dir, ne? Du kommst mir den Kildklaas, ne? Dann komm ich zu dir vorbei, ne? Und dann gibt's Gulasch. Ich frag mich, ob man überhaupt... Nö, keine Ahnung. Muss man eigentlich ein bisschen nach oben zielen. Der Schuss geht ja eigentlich komplett nach unten, oder? Eigentlich müsste man denn so zielen. Irgendwie. Ja, nur wegen der Kild. Und dieser Distanz war auch total schwer, wenn er da einfach nur rumliegt. So eine kleine, geile Hure. Ich hab ihn getroffen. Leidig tot. Medic. Munition. Danke, hallo. Ja, ist auch gleich weiß, so verliegt. Okay, er guckt mich an. Aber richtig böse. Der will auf jeden Fall Munition, ne? Wir werden, glaube ich, vom Sniper gerade... Ein bisschen mit Sniper kann das sein. Ja. Irgendwie schon. Fahr doch einen Treffer. Fahr einen Treffer. Oh, jetzt geht er weg. Er denkt, er ist da sicher. Er ist auch sicher. Ich kann nicht da unten ziehen, aber er kann da oben ziehen. Scheiße. Ihr merkt schon, das wird mehr so ein Scheiß-Fun-Part. Statt ich das irgendwie total ernst nehme. Und irgendwie will meine harten Sniper-Skills, die nicht vorhanden sind, natürlich, raushau. Und mein Typ ist dauernd. Aber er ist schon wahrscheinlich schon bei dir hier. Ja, ist gescheuert. Ist das ein Scheiß? Ist das... Ist das ein richtig... Scheiß-Pose, komm, wir springen noch mal runter hier. Und ich werde total gesniperrt. Alter, die wollten mich. Die wollten mich richtig raten. Dann hast du das, die hier. Und gleich mal eine Granate. Oh, schade. Schade, 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 schade. Oh, der flog gerade noch meine Granate. Sehr schön. Was haben wir gerade? Was haben wir? Oh, 2-1, Alter. Mann, das ging ja richtig gut. Oh, das war eine schöne Runde. Das war eine richtig schöne Fun-Runde. Aber ganz ehrlich, wer klettert da auf diesen Turm, auf dem Modus Vorherrschaft? Ich meine, da muss man ja schon recht gut snipern können, dass man da wirklich ein paar Gegner wegraut. Da muss man noch krasser Sniper-Skills raushauen. Das ist halt schon ein bisschen extrem. Und besonders kann man halt nicht komplett nach unten gucken. Also perfekt alles wegsnipern, was man so will. Wie man gerade gesehen hat auch. Auf jeden Fall wieder Sniper. Äh, Hainan Resort. Hatten wir das schon mal? Ja, das hatten wir schon mal. Ja, das hatten wir schon mal. Das ist die Map. Na, mal gucken. Vielleicht hau ich da ja ein paar Leute weg mit einem Sniper. So, äh, Sniper natürlich weiternehmen. Dann sollen wir einfach mal bei den Kollegen hier. Einfach mal so. Die kommen nebenbei jetzt alle hierher, ne? Ich wollte schon mal so erwähnen. Wahrscheinlich kommt der Typ jetzt von hinten. Irgendwie. Mein Scheiß, aber. Ich wollte Heddy. Einfach, kein Charly wurde gerade noch realisiert. Ach, der Kacke. Ja, ja. Kommen die wirklich alle von der Seite, ey? Diese kleinen Pussys, ey. Ich muss funkieren. So, in etwa. Denken Sie sich, dass es auch immer dieses, äh. Als ob du gerade deinen alten Golfter startest. Achtung, ich hab einen feindlichen Soldaten in Ordnung, wie die Gesicht, it over. Sehr schön. Oh, ein Kiel gemacht. Ich hab sogar, glaube ich, den Kiel geklaut, den Typen, der da hingerannt ist. Bloß ich bin tot. Weil der Typ irgendwie links von mir irgendwie gescheint ist auch. Sei gar das Wort von dir. Danke, Kollege. Danke, danke, danke. Dass du genau da gespawnt bist. Einfach mal so. Ah, ich wollte reanimiert. Von wem? Von? MAK-Hauke, da sehen wir es wieder. Die MAK-Leute, äh, halten zusammen. Irgendwie. Jedenfalls. Ich kann mir gut verstehen, dass hier irgendwo ein Sniper versteckt ist. Deswegen hier ist eine Drohne rumgeflogen. Vielleicht versteckt er sich, ja? Und lenkt die hier von mir aus. Und dann könnte ich den vielleicht ja messern. Dann wäre ich übergeizt, äh, Pisser. Aber, aber, das wird nix. Oder doch, wegen, da ist das Neuverhalt. Also wenn er mich jetzt nicht bemerkt, könnte ich... Also ich könnte rein theoretischerweise einfach mal die Sau messern. Was ich auch machen kann. Kein Ding, so läuft das bei uns. Einfach schön messern. Einfach die Sau gemächert. Wieso nice. Also mal den Schuss dann nehmen, das müsste auch sein. Lösch für eine Kacke. Ach, schwächer hoch. Hier ist es doch bestimmt safe. Ja, der ist hart am Rumballern. Was rumst du denn schon wieder alle, ey? In der Fanate rumst du auch mal ein bisschen rum. Irgendwie dumm. Triff ich da durch, Kackei? Was soll denn der Scheiß? Alter. Mann, das... Irgendwie ist Battlefield 4 leicht verbuggt. Irgendwie, wenn ich mich nach links bewegen will oder nach rechts strafen will, dann macht das manchmal nicht. Manchmal ist die Steuerung gefickt. Also manchmal reagiert er nicht auf meine Steuerung. Der bewegt sich dann einfach nicht. Dann muss ich das nochmal drücken, denn bewegt er sich manchmal, wenn er Lust hat irgendwie. Die faule Sau. Also manchmal setzt die Steuerung irgendwie aus. Das ist ganz komisch. Und natürlich auch sehr nervig. Wenn das mal passiert. Wenn ich aber mal nicht nach links oder nach rechts lenken kann. Als ob ich ein Auto wäre. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist überhaupt nicht schön. Alter, hier rum ist das nur noch. Geh halt nicht daumen. Geh einfach nicht daumen. Alter, ich bin so ein Depp, ey. Ganz ehrlich. Ah, so eine Kacke, ey. Ganz ehrlich, dann treffe ich die nicht einmal mit der Pistole. Ey, der hat so wenig. Oh Mann, ey. Das ist so nubisch von mir gerade gewesen. Ohne Spaß. Das ist ja nicht mehr normal, was ich hier wieder raushaue. Für eine Nubigkeit. No Skop. Wo kommt ich denn? Von da unten. Auch schön. Ich konnte mich wieder nicht bewegen. Ich konnte mich auf einmal nicht mehr nach vorne bewegen. Die Steuerung setzt einfach... Komm, da rum. Cool. Okay, sorry, Kollege. Sorry. Ich wollte das nicht. Da fahre ich einfach mal weg. Was sagte ich nochmal? Die MRK-Leute halten immer zusammen. Ja. Total. Total. Es sind ja eigentlich ein paar Leute. Obendrauf. Jetzt oben war gar keiner. Wo sind denn die Gegner? Wenn hier überhaupt einer ist. Ich habe gerade einen feindlichen Soldaten in eurem Bereich umsicht genug. Einsatz hier Bravo wurde gerade neutralisiert. Ach so. Wir kontrollieren jetzt ein paar Leute. Ein schöner Eddie. Ein Harry gemacht. Ein schöner Harry. Ich habe aber einen Killglocken gemacht hier. Auch toll. Okay, mein Typ hat den neuen Typ noch gemessert. Ich wollte schon sagen, hat der Typ meinen Kollegen noch gemessert oder was? Nee. Nee, das ist doch nicht normal. Nee, nee. Nein, nein. Nee, 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 nee. Das mache ich nicht normal. Vielleicht durch muss ich denken. Wieso kann er denn jetzt so durch die... Achso, konnte er ja gar nicht, glaube ich. Ich wollte schon sagen, warum konnte er denn jetzt so durch die Treppe da schießen, was ich nicht konnte. Wie viel haben wir denn an Punkte? 10, 5, ja. Gameplay an sich scheiße, Punkte gehen so. Aber ist auch Sniper. Ich meine, was erwartet ihr? Besonders, wenn einer am Start ist wie ich, der halt nicht so geil snipern kann. Jawohl. Das war doch schön. Das war schön. Das war schön. Das war schön. Alter, das... Ich... Wie ich das einfach irgendwo gewusst habe, dass da irgend so ein Bastard steht. Aber ich werde realisiert von unseren Geilen. Was ist denn das? Oh ja, bleib da suchen. Ich bin erstmal total daneben, semmel und nochmal sterben, gleich direkt. Oh, schönes Emblem. Alter. Respekt, Kunde, Respekt. Äh, ne, ich wollte irgendwann einfach steuern. Die Deckung ist mir irgendwie scheiße da. Ich steu und sterbe direkt, sofort, instant durch eine Granate, die wirklich genau da fliegt, wie ich spawnen. Super. So viel Pech muss man hier haben, ey. Alter, und die Gegner dominieren uns ganz schön hier, haben alle Flaggen eingenommen, das läuft überhaupt nicht gut. Der läuft überhaupt nicht gut grad. Ne, ne, ne. Das ist total scheiße grad. Hat er gesagt, Eier? Reicht durch, Eier? Du willst Eier? Ja, dann mach doch. Ja, Sniper, Ghost Warrior ist nix gegen mich. Erstmal rumspringen, weißt du. Aber die, die hab ich noch bekommen. Ich hätt's nicht gedacht. Hätt ich dem Typ noch mit einer Pistole an der Kaue. Hätt ich echt nicht gedacht. Dass ich das noch schaffe. Oh, nice. Hat der Fliegschwebe das. Ich hab einen feindlichen Soldaten gesehen. Ich hab einen feindlichen Soldaten gesehen. Aber ich hab ihn jetzt hier wieder verloren. Ich hab mich Narbenbauer gesehen. Ich rutsche irgendwie auf den Stein. Wenn ich nicht so cool. Überangetert. Juhu angehörtet. Juhu wieder nur angehörtet. Alter, ich hätte wirklich jeden an. Juhu gekillt. Und gleich auch sofort gekillt von den Typen. Alter, die OMP macht ganz schön viel Schaden. Kommt es mir jedenfalls zuvor. Ja, super. Gerne mir, mich anstatt du erstmal den Typen erkillst. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Für uns beide. Hat der grad den Boden gemessen? Die alte Kacksau? Alter, der ist ja aggressiv drauf. 15,8 mit einem Snipergewehr. Naja. Nicht das geilste. Aber naja. Was willst du machen, was willst du machen, was willst du machen? Ich würde aber sagen, dass ich ab hier erstmal diesen Part beende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Battlefield 4 Multiplayer. Dann ist dann mal wieder endlich eine Shiner Rising DLC Map dran. Und bis dahin verabschiede ich mich mit einem Schakalaka Motherfucker Boy. Bis zum nächsten Mal.